Was wollt ihr denn? Ihr könnt doch alle... Ach, die warten da um... Okay. Ähm. Dann bilden wir das mal weiter. Wir müssen ein bisschen haushalten, ich zwar, aber... Die graue Anatomie. Es ist aber noch nicht fertig. Ah. Meine Güte. Wartet da jemand? Nein, da wartet keiner. Da wartet auch keiner. Okay. Der ist am Forschen. Weiterbildung benötigt. Nicht jetzt! Nicht jetzt! Nicht jetzt! Pflanzen brauchen Wasser, aber wir haben nicht unbedingt Platz jetzt gerade für den zweiten Hausmeister. Wir machen nur minimal Profit. Minimal nur. Deshalb müssen wir hier jetzt ein bisschen... Das geht noch. Das passt noch. Das passt noch. Noch passt es? Okay. Beförderung. Ja, warum nicht? Warum nicht? So, der ist da fröhlich am klopfen. Sehr gut. Janitor, zu reparieren, Drugsmixer. Oh. Okay. Okay. Tudum? Wo? Oh. Tudum. Einer ist fehlgeschlagen. Was sind zwei fehlgeschlagen? Okay. Ich glaube nicht, dass wir das schaffen. Mühe, du Knochen. Okay. Den kriegen wir nicht hin. Ich brauche ein Pausenzimmer. Den kriegen wir hier. Ich kriege Geld für die Weiterbildung. Nice. Ähm. Okay. Dann. Werden wir gleich. Ähm. Kurs starten. Und zwar Stationsverwaltung. 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 Da machen wir gleich weiter. Wir werden weiterbilden und forschen wie solche. Pausenzimmer. Ach komm. Ich will mal nicht so sein. Ich will mal nicht so sein. So. So. Auch wenn das jetzt ein bisschen anfangs ein bisschen dürftig ausgestattet sein wird. So. Ähm. Aber. Was soll's. Was soll's. So. Wir brauchen einen Heizkörper. Den packe ich hier hin. Gut. Nein. Kein Fenster. Sofa. Da hin. Wunderbar. Das reicht erstmal. Teuer genug. Wie sieht es. Von der Temperatur. Wunderbar. Temperaturmäßig sieht es wunderbar aus. Herrlich. Ah. Das müssen wir uns kaufen. Okay. Ich dachte gerade. Ich dachte gerade. So. Die Blümchen. Passt auch. Gut. Der hier kriegt nichts von der Blume mit. Aber hey. Jetzt kriegt er was von der Blume mit. So. Wunderbar. Können wir die Blume hier auch noch. Gut. 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 Die Blume ist hinüber. Aber hey. Das kriegen wir dann auch noch hin. Ähm. Wir haben das Pausenzimmer. Gut. Läuft. Läuft. Der ist da weiter am Schrauben. Das ist gut. Das ist gut. Beförderung. Okay. Da kommt der Heli. Schön. Oh nice. Wir machen Profit. Wir haben gut Profit gemacht. Wartet hier. Ich weiß nicht, ob da jemand wartet. So. So. Wo dümpelt der Hausmeister rum? Ach. Da drüben. Da drüben dümpelt der Hausmeister rum. Gut. Sondermeldung. Oh. Heh. Äh. Hey. Wir haben einen geheilt. Woo. Befördern. Okay. Das ist fast fertig. Dann können wir... Hier ein paar Leute. Oh. Nice. Gut. Hehe. Die Blume stand im Weg. Gut. Cooling Nurse. Farbtherapie. Neues Zimmer. Die Farbtherapie bauen wir hier hin. Schön. Oh ja. Das sieht lustig aus. Oh ja. Ah. Das sieht gut aus. Das sieht gut aus. Das sieht gut aus. So. Wir brauchen... ...einen Heizkörper. Und... ...eine... ...Blümchen. Und... Irgendwie... Keine Ahnung. Goldsternmäßig was. Dass wir zumindest... ...auf Prestigestufe... ...3 kommen. So. Gut. Ah. Das war wieder teuer. Krankenpfleger. Wir brauchen... ...einen Krankenpfleger. So. Du kannst gleich weiterforschen. Äh. Nehmen wir mal das da. Forsche. So. Wir brauchen... Maintenance announcement. Kants need water. So. Oh nice. Das habe ich geschafft. Jawohl. Das habe ich geschafft. Ähm. Es sieht so aus, als würde der eine Hausmeister... ...mit dem Kram nicht hinterherkommen. So. Reparatur. Da. Gut. 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 Später. Wenn das hier durch ist, kannst du... Nice. Förderung. Okay. So. Ähm. Wir werden gleich... Psychiatrie. Es könnte sein, dass wir... ...irgendwie... ...Sicherter brauchen zwischendrin. Ähm. Was können denn meine Leute so? Ich muss jetzt mal gucken. Wir haben einen in der Apotheke, Station, Diagnostik. Okay. Ähm. So ein Psychiater wäre vielleicht nicht schlecht. Wobei, jetzt gerade brauche ich eher. Behandlung. Behandlung. Ähm. Behandlung. Wenn wir der Behandlung noch geben. Oder dem. Das ist ein Forscher. Wir haben hier noch zwei komplett ohne. Ähm. Dann hauen wir hier doch nochmal... ...Pflegerin. Mit Diagnostik rein. Um... ...hier für die Kardiologie und sowas Ausbilder. ...ah, das ist... ...teuer. Äh. Aber wir brauchen... ...wir brauchen den Arzt. Äh, äh. In der Diagnostik. Oh ja, das war teuer. Das war sehr teuer. ...ah. Dort wird... ...Krankenpfleger benötigt. Okay. Aber wir machen... ...irgendwie machen wir Plus. Irgendwie machen wir Plus. Hahaha. Gut. Die meldet sich schon, ohne dass irgendjemand da ist. So, wie sieht es mit der... ...allgemeinen Zufriedenheit aus? Hier. Oh, da stehen sechs Leute. Da warten sechs Leute. Ähm. Da warten sechs Leute. Weiterbildung benötigt. Nicht jetzt. Nicht jetzt. Nicht jetzt. Nicht jetzt. Sieben. Och. Och, komm schon. Gut, da geht jetzt. Nee, 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 nee. Du sollst da mal schön... Oh. Oh. Halt, stopp. Oh. Oh. Du arbeitest da. Du machst Pause. Oh. Oh. Graue Anatomie. Okay. Okay. Dadurch, dass der jetzt Pause macht... Ähm. Haben wir hier... ...art zu wenig quasi. Wir haben aber... Ja. Die sollen sich nicht so anstellen. Die sollen sich nicht so anstellen. Die sollen sich nicht so anstellen. Siehst du? Da ist jetzt jemand drin. Haben wir den Getränkautomat. Wunderbar. Oh, da warten acht Leute. Wir brauchen... Wir... Wir brauchen eine zweite allgemeine Diagnose. Es geht nicht anders. 30. 50. 30. Okay. Okay. Das sieht jetzt vielleicht... ...nicht schön aus. Aber... ...das werden wir umsetzen. Äh. Wenn wir hier... ...nicht schön aus. Wow. Nein, wir brauchen keinen Kredit. Wir brauchen keinen Kredit. Kredite. Mit dem Schiebe-Anpassen. Ja, ich glaube, ich brauche einen Kredit. Ich glaube, ich brauche tatsächlich einen Kredit. Ich brauche tatsächlich... ...dann würde ich irgendwie noch Plus machen. Ich glaube, die letzten Male waren immer so, keine Ahnung, 5.000 oder 7.000. Gut, nehmen wir den Kredit. Dann... Nee, das kaufen wir uns noch nicht. Bist du jetzt glücklich? Gut. Dann arbeitest du hier. Dann entspannt sich das Ganze jetzt ein bisschen. Die wird einfach eingesprüht mit Farbe, oder was? Tatsache. Die wird einfach eingesprüht mit Farbe. Oh, herrlich. Das hat aber nicht funktioniert. Oh. Das ist fehlgeschlagen. Schade. Schade. Gott, der macht jetzt Pause. Soll er Pause machen? Ähm. Ja. Naja. Irgendwie läuft das schon, ne? Irgendwie läuft das. Der Start ist immer ein bisschen holprig. Da haben wir... Wow. 6.000. Alles klar. So. Ähm. Gut. Gut, 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 gut. Zufriedenheit passt irgendwie. Ja. Huhu. Wir haben Mittel von der Universität bekommen. So, Diagnostik ist abgeschlossen. Befördere drei Mitarbeiter. Das kriege ich hin. Ähm. So, wir starten gleich den nächsten Kurs. Wir starten gleich den nächsten Kurs. Und zwar... Allgemeinmedizin. Und zwar dich. Da stehen dann jetzt wieder... Leute wie sonst was. Aber wir haben noch hier irgendwo... Wo ist denn unser Forscher? Oh. Zwei, drei. Ähm. Der macht Pause. Jetzt haben wir wieder einiges an Profit gemacht. Aber wir brauchen... Noch ein Arzt. Wer ist denn billig? So. Gut. Gut. Gut, 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 gut. Der ist fröhlich am forschen. So, da wartet jetzt jemand. Entleuchtungsklinik benötigt. Okay. Warte. Ähm. Wir brauchen eine Entleuchtungsklinik. Entleuchtungsklinik. Okay. Schmuddelsohlen. Füße, die so schmutzig sind, dass sie vermutlich nie wieder sauber werden. Die reizte Bakterienschleuder. Okay. Äh. Entleuchtungsklinik. Entleuchtungsklinik. Ich befürchte... Was geht der Platz aus? Wir hätten die Aufnahme nicht ganz so groß machen sollen anfangs. Ähm. Das wir jetzt so langsam aber sicher... ...das Teil da... ...kaufen... ...müssen. Obwohl. 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 Wir... ...verkleinern die Aufnahme. Schade. Ich wollte eine große Aufnahme haben. So. Gut. Da steht es gut. Können wir, glaube ich, trotzdem... ...zwei. Ja. Passen locker zwei hin. Sehr gut. Sehr gut. Kommt jemand nach Hause? Hallo. Mini-Aktenschrank. Das brauche ich. Ohne Aktenschränke geht es nicht. So. Dann. Du arbeitest weiter da drin. So. Wunderbar. Weg. 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 Weg.